. 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 Vorhändler Cheyane Gülerius, 18 Jahre, vom ESV Frankfurt-Oder, Landesverband Brandenburg, 78 Kämpfe, 66 Siegeln, 1-2-1. Erster Platz bei den deutschen Meisterschaften 2015 und 2016, dritter Platz bei der UN-19-2016 und beim Landwürttemberg ebenfalls im Jahr 2016. Erster Platz bei den internationalen Russland in Kremlitz 2016, der nicht von den Böder Schütze und von Kürze, Schiane Gülerius. Erster Platz bei den Osmanen, den Blutiefung Das war's für heute. Das war's für heute. Da wird die Abwehrschirm. Sie sehen. Er ist so ein bisschen aufgerüstet. Er ist so ein bisschen aufgerüstet. Er steht und steht und steht. Er sieht, er steht. Er sieht, er steht. Wenn du dich aufgerüstet hast, dann du dich nicht beherst. Du bist nicht aufgerüstet. Wenn du dich aufgerüstetst, du bist aufgerüstet. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Das ist ein Konzept, das ist ein Konzept. Wir wollen nur noch umgekehrt. Hau, 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 Hau! Und hier ist so ein Sieger-Nachtpunkt und damit Deutscher Meister im Mittelgewicht, der Kämpfer aus der Blauwege. Und hier ist so ein Sieger-Nachtpunkt.